So, wieder im Bikepark. Diesmal, wie man sieht, in Andreasberg. Gestern war ich in Ilsenburg zum Trailpark Opening. Das werdet ihr letzte Woche gesehen haben. Ja, wir sind heute hier den ganzen Tag und mal gucken, wie sich der Park so über den Winter verändert hat und ob ich besser geworden bin Ja, viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 We'll be right back. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So, Sollte Oh, 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 oh. Yes. Oh, scheiße, okay. Was war das denn? Oh, scheiße. 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 Ich denke, dass sie das mal sind. Achtung! Danke! Achtung! Hallo? Danke. Achtung! 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 Oh I die! Ich habe mich auch fast gequält. 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 Genau auf den Stein. Aua! Ich habe mich auch fast gequält. 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 Und bis zum nächsten Mal. Ich habe mich auch fast gequält. Ich habe mich auch fast gequält. Ich habe fast gequält.